Ich fühle mich super, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt gleich den zweiten auch gewinnen werde. Das Finale war hart, aber zum Schluss Goldmedaille, ich bin happy. Ich wusste, dass es ein schweres Finale wird, es waren gute Schützen mit im Finale und auch das Wetter, es ist warm, es ist feucht, so schwüle Luft und es war mir schon bewusst, dass es ein schweres Finale wird. Jetzt geht es erstmal nur noch nach Hause, erstmal eine Woche Pause und dann Training für München. Ich freue mich, dass es wieder zurückgeht.